Sagen Sie mal, finden Sie es nicht auch lästig, wenn Sie immer alles suchen müssen? Wäre es nicht toll, wenn es einen Platz geben würde, an dem Sie alles zu Ihrer Anlage finden würden? Ersatzteile, Lieferlisten, offene Bestellungen, Verfügbarkeit von Technikern? Tja, eine solche Plattform entwickeln wir gerade. Sie heißt MyABP. Das ist Ihr persönlicher Kanal für alle Services rund um Ihre Anlage. MyABP ist nicht irgendeine Service-App, es ist eine Service-Revolution. Na, neugierig geworden?